Willkommen in der nächtlichen Normandie in Rouen by Night und hier seht ihr die wunderbar angeleuchtete Kathedrale von Rouen und diesen gigantischen Kirchturm der 151 Meter in den Himmel ragt. Ich bin hier in dem Mercure Hotel Centre, was direkt neben der Kathedrale liegt und ich habe hier ein kleines Zimmer im vierten Stock und das will ich euch auch nicht vorenthalten, es wird zwar einmal kurz dunkel, aber dann schwenke ich ins Licht. Das Hotel ist wirklich sehr schön gemacht und hat ein Thema, nämlich die Literaten und man sieht ihn schon ein bisschen hinten. Das ist Gustave Flaubert. Gustave Flaubert wuchs in Rouen auf und hat das Werk hier in Rouen geschrieben Madame Bovary und ja, Rouen ist Schauplatz und auch ein Stehungsort. Und hier kann man dann nächtigen. Bis bald in der nächtlichen Normandie. Ciao!